Wenn du deinen Friseursalon verlässt, hast du da ein Lächeln im Gesicht? Die Zufriedenheit mit deinem Look sollte aus deinen Augen sprühen. Wenn wir das geschafft haben, dann sind wir vom Friseurhandwerk einfach wahre Meister unseres Fachs. Aber du Meister, mit einer Ausbildung als Friseur kannst du schon deine ganze Kreativität ausleben. Und deine Kunden glücklich machen. Mit dem Meisterbrief von Top kommst du an die Spitze. Wir helfen dir gerne dabei. Unser Handwerk ist nachhaltig, weil wir schon bei den alltäglichen Dingen aufmerksam sind. Wir sparen durch den Einsatz von Perlatoren sehr viel Wasser. Großen Wert legen wir auf die biologische Abbaubarkeit unserer Haarfarben. Außerdem verwenden wir überwiegend vegane Pflegeprodukte ohne Mikroplastik. Nachhaltig ist auch unsere Schnitttechnik mit dem neuartigen Calligraphy Cut. Als ersten Schritt zur Digitalisierung haben wir unsere Terminvergabe mit einer App verbunden. Für die Zukunft des Handwerks bleiben wir offen. Für alles Neue und auch immer ein bisschen verrückt. Für alles Neue und auch immer ein bisschen verrückt. Für alles Neue und auch immer ein bisschen Arbeubarkeit. Vielen Dank.